Hallo Freunde, ich bin's, Harry Potter. Wir machen weiter mit meinem zweiten Buch, Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Heute zeige ich euch, wie Ron und ich den Spuren in Tom Riddles Tagebuch folgen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Ich wünsche euch, wie Ron und die Kammer des Schreckens. Hm. Ich wünsche euch, Ron und die Kammer des Schreckens. Ich wünsche euch, Ron und die Kammer des Schreckens. Ah! 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 Was? Ah! 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 Ooh! Ja? 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 Ja. Ja? No! Ja? 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 Ja. Bis zum nächsten Mal. 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 Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020